Hast du es jetzt mal, Andi? Okay, willkommen zum MTMT-Podcast. Heute mal mit den beiden Gründern vom MTMT-Gym, T-Pain und Andi. Andi hat noch ein bisschen zu kämpfen, Struggle is real. Und ich bin auch wieder dabei. Ich sehe vor allem nicht so gut nach unten, weil es so nah ist. Weil deine Brust zu groß ist, oder? Ja, gut, dass du das sagst. Habt ihr Brust trainiert? Ihr habt schon Dips gemacht. Dips haben wir gemacht, ja. Aber nicht so viel. Ich lasse einfach so, jetzt ist es ja auch geil. Eben, eben. So machen wir das. Thema heute, Intermittieren des Fasten. Ich dachte Fasten. Nein, Intermittieren des Fasten. Wir wurden von vielen Leuten gefragt, ob wir darüber mal eine Folge machen können. Also machen wir halt mal eine Folge über Intermittieren des Fasten. Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben. Achievement versus Enjoyment. Beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. But I'll aggress. Sollte sich da nicht zu krass festklammern. Das haben halt die meisten leider verlernt. Wir werden immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Lass uns mal zurückkommen, weil wie gesagt... Ja, sorry. Trust the process, guys. Ah, ein Post-Workout-Kaffee. Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts zu fressen. Fertig. Ich bedankt euch bitte mit Likes und Abos, weil wir machen immer das, was ihr von uns wollt. Immer. Ich glaube, wenn wir von Intermittieren und Fasten sprechen, dann kommen wir zwangsläufig auch auf Fasten zu sprechen. Also von daher würde ich tatsächlich sagen Fasten eher, oder? Start mal halt mal mit Intermittieren und Fasten. Was ist ein Intermittieren und Fasten? Was heißt denn das? Das ist ja so ein Buzzword. Das ist ja im Moment so der Shit. Ja, es gibt ja auch ganz viele Leute, die das Wort abgrundtief hassen. Also das Gegenteil ist ja auch der Fall, weil es halt so ein Mischwort und eine Bezeichnung für alles ist, was irgendwie das Nicht-Essen bezeichnet. Also man kann ja auch quasi Intermittieren, zwei Stunden Intermittieren, Fasten. Ja, das ist natürlich Quatsch. Aber mein Intermittierendes Fasten ist ja irgendwie, wenn man mal signifikant lang mal nichts isst über den Tag gesehen. Das kann dann, ich weiß nicht, auch ein Tag zählt wahrscheinlich als Intermittierendes Fasten ist ja immer noch kein wirkliches Fasten. Wenn man von echten Fasten redet, dann bedeutet das für mich, dass es halt ein paar Tage sind und nicht ein paar Stunden. Ich glaube, ab 24 Stunden spricht man schon von Prolonged Fasting, also von dann Heilfasten oder ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch dann heißt. Fasten halt. Fasten, ja. Oder mit Andis Worten einfach mal nichts fressen. So kann man es auch ausdrücken. Ja, aber ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten Protokolle, wenn wir gleich konkret werden wollen. Kann man alles machen, theoretisch zwölf Stunden off, zwölf Stunden on. Also on heißt eben entsprechend essen. Zwölf Stunden off wäre halt nicht essen. Es gibt die unterschiedlichsten Protokolle. Was besser ist, weiß noch kein Mensch. Also ehrlich, da gibt es zwar jetzt irgendwie schon die ein oder andere Studie, meistens mit Mäusen und so einen Scheiß. Aber klar, die lösen sich ja fast auf innerhalb von zwölf Stunden. Also wenn du Mäusen nichts gibst, dann lösen die, ich glaube, die verlieren zehn Prozent von ihrem Gewicht und so Scherze. Und das wollte ich jetzt gerade fragen, bezogen auf was? Also mit welchem Result, mit welchem Ergebnis werden die untersuchen? Also in welcher Relation steht das? Weil du gesagt hast, man weiß es nur nicht. Ja, also wie immer halt in der Ernährungswelt kann man ja so faktisch gar nicht bestimmen, was das Ganze auf die Langlebigkeit zum Beispiel für einen Einfluss hat. Das ist ja die Problematik, die grundsätzliche Problematik in der Ernährungswissenschaft oder in der Ernährungsmedizin. Aber wie gesagt, wenn man das mit Mäusen macht, wenn man denen mal zwölf Stunden nichts zu essen gibt, die verlieren extrem viel Gewicht. Bei Menschen wäre es natürlich, weil der Stoffwechsel lange nicht so krass ist, logischerweise irgendwie halt lange nicht so viel, aber einen gewissen positiven Effekt hat es auch definitiv. Aber wie gesagt, man weiß es halt nur nicht so genau, welches Protokoll ist in Anführungsstrichen das Beste und das wird sich wahrscheinlich final auch nie beantworten lassen, weil jeder halt anders ist. Jeder ist irgendwie andere Sachen gewöhnt. Aber ich glaube, man kann so seine eigenen Take irgendwie selber dazu herausfinden, indem man es halt ausprobiert. Das wäre das Beste. Du hast das ja auch schon gemacht, Chris. Ja, Studien, Schmudien, also das ist ja sowieso nicht so unsere Herangehensweise. Wir erzählen ja immer so ein bisschen aus dem echten Leben und was halt so unsere Member, die hier trainieren, für Erfahrungen damit gemacht haben und natürlich wir selber. Ich habe eine Zeit lang ganz nazihaft versucht, immer 16 Stunden. zu fasten eben jeden Tag, also so das 16-8, das ist jetzt auch so, so ganz viele Leute fragen mich so, was hältst du von 16-8 und ich war gar nicht, also mir war nicht so bewusst, dass das jetzt so ein Thing ist, aber anscheinend ist es so ein Thing. Wie lange ist das her bei dir, dass du es gemacht hast? Also, dass ich es so strikt verfolgt habe, ist über zwei Jahre her. Und da habe ich auch... Köstlich, by the way. Da habe ich krass viel Gewicht verloren in der Phase, also es lag natürlich jetzt nicht nur am Fasten, aber da war ich zum ersten Mal shredded, würde ich sagen, habe ich sogar mein Sixpack gesehen, sah nicht gut aus. Also... Aber es gibt doch immer noch das Video, das Lockpress Video von dir, ich glaube das hat die meisten Hits auf unserer Instagram-Seite ever bekommen. Ja, natürlich. Weil ich halt sexies Fakt bin. Wieso hattest du 5000 Aufrufe oder so was? Normalerweise bekommen wir ja nur 20 Aufrufe so. Ja. Ja. Das wundert dir auch jetzt niemanden. Ja, weil du so geil aus hast. Ja, aber bei mir, um jetzt mal so meine Erfahrung da zu schildern, bei mir hat das einfach dazu geführt, dass ich es in mein Leben eingebaut habe und inzwischen mache ich quasi Intermittierendes Fasten, also so klassisch, dass ich das Frühstück weglasse. Ich bin kein Frühstücker mehr, glaube nicht an Frühstücken, außer am Wochenende. Da glaube ich schon dran. Sau richtig. Und inzwischen ist es mir wirklich scheißegal, wie viele Stunden ich faste. Und das ist auch erst so die erste Message, wenn ihr Intermittierendes Fasten macht, so ihr müsst nicht, es ist nichts Magisches an 12 Stunden, es ist nichts Magisches an 14, 16, 18 Stunden. So, esst einfach mal eine Zeit lang nichts. Da sind wir wieder beim Andi. Einfach mal nichts fressen und checkt mal aus, wie ihr euch damit fühlt. Weil ich, mir geht es deutlich besser. Ich habe mehr Energie vormittags, ich bin frischer, habe einfach ein bisschen mehr Power, bin wacher, wenn ich halt nicht morgens gleich mal was esse. Wieso ist das so, Andi? Ich wollte gerade sagen, wir sollten einfach mal, glaube ich, irgendwie versuchen herauszustellen, was überhaupt Intermittierendes Fasten initiieren kann im Körper. Also welche Prozesse werden losgetreten, wenn der Körper mal die Möglichkeit hat, sich auf anderes zu konzentrieren als auf Verdauen. Das ist doch, glaube ich, die wichtige Frage, die wir klären müssen, warum Intermittierendes Fasten überhaupt in Anführungsstrichen funktioniert. Und was sind die Prozesse, die funktionieren? Also was passiert überhaupt? Ich sage mal, in der Fitnessszene geht es natürlich immer nur um Schönheitsideale. Das heißt, man setzt das gleich irgendwie mit Fett verlieren. Und dann kommt die weitere Frage, ja, kann ich dann auch Muscles gainen und so weiter. Also die zwei Sachen werden ja immer irgendwie wie aus der Pistole geschossen fast in einem Satz gesagt. Die viel wichtigeren Dinge sind ja, was du vorhin gesagt hast, die vermeintlichen Longevity-Effekte. Also gibt es die und worauf basieren die vielleicht? Ich glaube, das ist einfach viel, viel wichtiger. Und da, glaube ich, kann man die Fakten mal versuchen anzureißen, ohne dass wir da zu spezifisch werden müssen. Und dann unsere persönlichen Takes. Ihr habt es ja beide eigentlich schon beschrieben. Was es uns gebracht hat oder wie wir uns fühlen, wenn wir mal nichts fressen und so weiter und so fort. Also wenn wir gleich beim naheliegsten Punkt bleiben, die Verdauung ist eigentlich so, für mich jedenfalls, ich habe auch eine regelmäßige interpretierende Fastenpraxis. Bei mir sind es in dem Fall immer Dienstag und Donnerstag 24 Stunden. Ich bin da relativ konsequent, würde ich sagen. Ja, genau. Ich sitze im Büro und er kommt rein. Ah, ich habe Fastentag. Ich bin gerade was am Essen. Tilo, ja, ich muss eigentlich fasten. Aber scheiße, ich habe so Bock. Das war nur nach Weihnachten. Das war nur nach Weihnachten. Ne, stimmt schon. Also er ist der Devil. Absolut. Also Chris ist böse. Der ist wirklich nicht gut. Aber egal. Ich versuche es. In der Regel schaffe ich es eigentlich ganz gut. Und ich versuche tatsächlich 24 Stunden zu machen. Mir hilft es tatsächlich so ein bisschen auch mein Gewicht zu kontrollieren. Also in dem Fall mein Wammerl. Das weiß ich. Das habe ich einfach aus der Erfahrung jetzt herausgefunden. Wammerl ist der Bauch für alle. Genau. Für alle nicht Bayern. Nicht Bayern. Also ich mache, wie gesagt, die 24 Stunden. Ich trinke zum Beispiel Kaffee. Auch darüber kann man streiten. Ist Kaffee noch Fasten und so weiter. Oder da gibt es ja ganz extreme Nazis. Darf man das sagen? Ja, darf man. Oder? Ist auch egal. Das habe ich auch schon gesagt. Also gibt es ja ganz extreme Menschen, die sagen, okay, man darf nur Wasser trinken und keinen Kräutertee und all so ein Schmarrn. Und da will ich gleich einhaken, um gleich wieder praktisch zu werden und von der Theorie wegzugehen. Da ist, finde ich, genau die Frage, macht man das anekdotisch angewandt Fasten? Oder macht man es wirklich Science-based, wie ein Peter Attia, wie ein Dr. Ronda Patrick oder wie sie alle heißen? Weil dann dürfte man natürlich keinen Kaffee trinken. Weil Kaffee natürlich dann einfach wieder eine Kaskade von Hormonausschüttungen initiiert und so weiter, die letztendlich den eigentlichen Fastenprozess bzw. was durch Fasten initiiert wird. Also die Autophagie, was ja vielleicht der Prozess ist, der letztendlich quasi der gesundheitlich wichtigste ist durch das Fasten initiierte, unterbricht faktisch, definitiv. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Aber ich finde, darauf sollte man auch zu sprechen kommen. Ob das ein Fakt ist, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Es ist, glaube ich, schon noch eher umstritten, ob ein schwarzer Kaffee wirklich so krass einfach dein System in Ballung bringt, dass es irgendwie die Benefits vom Fasten eliminiert, sage ich jetzt mal. Naja, schwarzer Kaffee und was die Inhaltsstoffe sind, wird in der Leber abgebaut und dementsprechend werden einfach Hormone ausgeschüttet. Das heißt, der ganze Prozess der Autophagie wird auf alle Fälle unterbrochen. Das ist Fakt. Ja, wenn du das sagst. Naja, ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit euch zwei habe ich mich natürlich vorbereitet. Also, nicht, dass ich es wüsste, aber... Andi, besides, geil. Ist ja auch egal. Nein, aber ich meine, mir ist es auch egal. Ich bin da voll beim Pilo. Wir müssen natürlich einfach unterscheiden zwischen, was ist wirklich wissenschaftlich belegt und Fakt. Ich meine, der Nobelpreis, 2016 ist er verliehen worden, genau, für die Autophagie. Autophagie, ja. Und das ist einfach ein Prozess, also diese ganzen Ableitungen davon, die sind einfach ganz klar. Schwarzer Kaffee bedeutet, dass ich eine Hormonausschüttung habe und diese ganzen Produkte werden in der Leber abgebaut. Das heißt, die Zell-Selbstzerstörung und Wiederaufbereitung, also Recycling der eigenen Zellen, wird da einfach unterbrochen. Aber jetzt komme ich wieder zum Punkt, zum Selbstanwenden, zum anekdotischen Erfahren. Als ich intermittent fast gefastet habe, habe ich natürlich auch Kaffee getrunken, weil man ja irgendwie, und da geht es wieder um die Anwendbarkeit fürs Leben, weil man ja irgendwie trotzdem eine Bedürfnisbefriedigung hat. Es gibt einfach die wenigsten, ja. Und ich habe noch nicht viele Menschen in meinem Leben getroffen und wir sind schon wirklich sehr, sehr motiviert und haben einen starken Willen. Aber auch wir sind so, dass wir wenigstens eine Ersatzbefriedigung brauchen, ja. Ja. Ich brauche mehr als eine. Ja. Ich brauche ganz schön viele. Ich brauche auch ganz schön viele. Aber um zum Punkt zu kommen, deswegen würde ich auch, Fasten ist für mich persönlich nichts fressen. Weil, und das ist für mich das Wichtigste, nach dem Motto, was ich immer sage, clean all the pipes. Ich will nicht in der Früh aufstehen. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe in der Früh auf, ja, und gehe irgendwie nach einer halben Stunde gleich an den Frühstückstisch und frühstücke was, hey, dann platze ich. Naja, klar. Das könnte ich gar nicht. Ich will erstmal, excuse my French, ich will erstmal scheißen, ja, damit eine Pipe schon mal leer ist und alles andere dann auch. Und meistens ist es so, dass ich einfach zwei-, vielleicht sogar dreimal Stuhlgang habe, bevor ich überhaupt das erste Mal esse. Über Sinn oder Unsinn oder Gesundheit oder Krankheit meines Darms lässt sich wahrscheinlich streiten. Ist bei jedem auch anders. Aber ich finde das einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ich finde auch einfach, das ist ja auch wieder anekdotisch, aber das ist ja meine persönliche Autophagie. Dass ich einfach meinen Körper kleere, im wahrsten Sinne des Wortes, und reinige und dann erst in eine Möglichkeit komme, dass ich wirklich mal ein echtes Hungergefühl wieder verspüre. Ja. Und nicht, weil es Usus ist, dass man in der Früh aufsteht und irgendwie gleich, was frühstückt man vermeintlich? Kohlenhydrate. Ja. Carbs und Carbs und Carbs. Carbs und Carbs und Carbs, was letztendlich einfach diesen Prozess der Autophagie natürlich 100 Prozent durchbricht. Ja, ja, absolut. Also, mir fällt das immer nach Weihnachten extrem auf. Ich meine, Weihnachtszeit ist Fresszeit, das weiß jeder. Wenn du da dann wieder in deinen normalen Rhythmus kommst, wie sich dann plötzlich irgendwie dein Darm und dein Verdauungstrakt plötzlich wieder jungfräulich anfühlt, wenn du dann wieder morgens halt dein Wasser getrunken hast oder so geht es mir, jedenfalls meine Fiat Tee, wie auch immer, halt viel, viel, viel Flüssigkeit und nichts irgendwie direkt meine Brezel hinterher schieben. Also, das ist schon, ach, das ist einfach klärend und supergut. Also, von daher glaube ich, dass das für die meisten Leute die größte Erleichterung, die spürbarste Erleichterung ist, die einen natürlich dann auch wiederum dazu bringt, das weiterzumachen. Ja, genau. Den Rest spüren wir ja nicht. Ehrlich, Autophagie, what the fuck, ja, das gibt's schon. Aber spüren tun wir die nicht. Aber man kann es ja auch, also ich kann es zumindest auch ein bisschen messbar machen. So Weihnachtszeit ist ein gutes Beispiel, da wo ich halt auch einfach immer nur gefressen habe, gefrühstückt, habe ich wahrscheinlich zehnmal am Tag gegessen oder so. Und als ich dann wieder so in meinen normalen Modus reingekommen bin, also natürlich hatte ich mehr Gewicht in der Zeit, aber einfach, weil ich auch immer voll war, also habe ich natürlich mehr gewogen. Und dann habe ich einfach mal wieder intermittierend gefastet, also einfach mal das Frühstück geskippt und wirklich am frühen Nachmittag erstmal gegessen. Und das habe ich zwei Tage gemacht, habe ich mich wieder auf die Waage gestellt und ich hatte wieder genau das gleiche Gewicht wie vor dieser eben Konsum-Weihnachtszeit. Und das lag nicht daran, dass ich Fett verloren habe durch zweimal intermittierendes Fasten. No way. Es geht einfach nur darum, dass dein System mal wieder in so den Normalzustand zurückkommt. Also du nicht immer irgendwie, was weiß ich, Wasser gespeichert hast, weil du nur Carbs und Salz die ganze Zeit frisst und so. Und weil du halt immer noch andere Sachen gespeichert hast. Wenn das dann alles mal raus ist, dann bist du halt wieder so ein bisschen irgendwie auf Zero und da fühle ich mich auch am besten. Also das war jetzt nach Weihnachten für mich deutlich zu spüren. Und dann war ich auch vormittags nicht mehr so, glaube ich mal, erstes Koma nach dem Frühstücken. Du warst ja nach Weihnachten unerträglich. Du bist ja hier mit einer Lethargie eingetrudelt und hast dir das Karma runtergezogen 3000. Das war ja krass. Was? Ja, natürlich. Gar nicht. Doch, das merkt man bei dir schon. Aber ist ja auch egal. Und es liegt alles nur am Frühstücken. Ja, genau. Frühstücken macht euch zu schlechten Menschen. Genau. Merkt euch das da draußen. Ja, also ich glaube, es gilt festzuhalten, dass Fasten hat unterschiedliche Effekte. Also klar ist auf jeden Fall innen drin in der Zelle die Autophagie, sprich diese Selbstreinigung. Also Autophagie ist nichts anderes als ein Selbstreinigungseffekt der Zellen innen drin. Andi, du hast dich eingelesen. Eine Selbstzerstörung, aber das hört sich so negativ an. Deswegen würde ich auf alle Fälle auch von Selbstreinigung sprechen. Also Autophagie macht natürlich vor Krankenzellen nicht Halt. Also in dem Fall ist es dementsprechend positiv, auch gerade im Bereich der Krebsprävention. Also tatsächlich ein Ab- und Aufbau von Zellen findet ja die ganze Zeit statt im Körper. Das heißt, der Körper kann das im Optimalfall selber. Aber wenn er halt, wie wir das jetzt mittlerweile gelernt haben, halt immer überall alles hat, dann verlernt er tatsächlich auch seine Selbstreinigung. Also dieses Selbstzerstörungsmodus, den vermeintlich ein gesunder Körper hat, den kriegt halt so ein lethargischer westlicher Körper, hat den halt nicht mehr. Klar, weil er immer beschäftigt ist, immer verdauern muss, immer was leisten muss. Weil er halt nie mehr in die Situation kommt, dass er sich selbst klären kann. Das ist ja das Thema. Genau. Und deswegen ist einfach die Sache... Ich finde, wir sollten auf alle Fälle in der Anwendung bleiben und das Theoretische nicht zu extrem ausbreiten. Aber deswegen ist auch das Stichwort Heilfasten definitiv für mich ein berechtigtes. Ja, also dass man einfach von Heilung in der Fastenperiode spricht. Also ich habe ja auch letztes Jahr, vorletztes Jahr auch einfach mal fünf Tage eigentlich, wenn man so will, acht Tage gefastet. Also aber fünf halt voll mit Vorbereitung und Nachbereitung, wenn man so will. Und was man da quasi ausscheidet am Ende des Tages, ist schon bemerkenswert. Das würde ich jetzt auch nicht ausbreiten. Aber es ist auch eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder mal machen kann. Nicht unbedingt sollte, aber vielleicht auch schon. Erzähl mal, wie lange hattest du noch Ausscheidungen? Ich habe ja jeden Tag zwei Einläufe gemacht. Also ich habe angefangen, du machst ja eine reduzierte Diät. Also du eliminierst schon gewisse Lebensmittel zwei Tage vorher logischerweise, einfach, dass du keinen harten Stuhl mehr hast vermeintlich. Also du reduzierst natürlich stärkehaltige Lebensmittel etc. Dann machst du eine Komplettentleerung mit Glaubersalz, wie man es ja vor Darmspiegelungen und so weiter auch kennt. Und dann habe ich morgens und abends jeweils einen Heileinlauf gemacht, wenn man so will. Aber kam dann immer noch was raus? Ja, die Sache ist die, genieß deine Sahne. Die Sache ist die, dass man ja eigentlich denkt. Und das ist natürlich Blödsinn. Was sich einfach durch Glaubersalz löst, ist halt das eine. Und da muss man sich einfach vorstellen, was komplett im Darm gelöst wird. Und es kamen die ersten zwei Tage, kamen natürlich einfach weiterhin irgendwelche Strukturen, sage ich jetzt einfach mal. Da kam natürlich kein Stuhl mehr logischerweise. Am zweiten Tag am Abend und ich erinnere mich noch ganz genau. Das ist sehr gross. Vielleicht will es auch keiner hören, aber es ist schon interessant. Am dritten Tag dann in der Früh, und wenn man so will, habe ich natürlich versucht, das Wasser so hoch in den Darm zu schießen, wie ich nur irgendwie kann. Das heißt, ich habe jetzt keinen Handstand gemacht, während ich den Einlauf gemacht habe, aber ich habe schon versucht... Too much information. Ich habe schon versucht, einfach mein Körper in eine Upside-Down-Position aufzubringen und so weiter. Also, long story short. Es haben sich gelbliche Strukturen gelöst. Ja, also vollkommen verrückt, was da auch... Man sieht ja so viele YouTube-Videos, wo im Endeffekt Leute quasi halt so Darmkaskaden ausscheiden. Also wo es einfach so ist, als... Man sieht die nicht, du schaust sie dir an. Ja, als wären es irgendwelche Membranen, die dann einfach die Darmkask ausgekleidet haben. Und davon spricht man ja auch. Und das ist tatsächlich bei mir auch Fakt gewesen. Also von, ich höre gleich auf, von ganz normaler, in Anführungsstrichen, brauner Farbe hin zu total gelber. Ja. Okay, gut. Jetzt sind auf jeden Fall nur noch die Hardcore-Fans mit dabei beim Podcast. Ja. Danke, dass ihr uns noch zuhört. Sowas passiert übrigens bei 16.8 nicht, oder? Selber wenn man 16.8 macht... Wenn man es mit einläufen zusammen macht, vielleicht schon. Also jetzt vielleicht mal kompletter Themenwechsel. Weg von Andis Stuhl hin zu eben wieder so der Anwendbarkeit im Alltag. Warum machen Leute überhaupt intermittierendes Fasten? Und da brauchen wir nicht von Autophagie reden oder sowas. Ja. Sondern du hast es am Anfang schon gesagt, Leute machen intermittierendes Fasten, weil es als Diät angepriesen wird und weil Leute besser aussehen wollen, sprich abnehmen wollen. Abnehmen ist ein dummes Wort. Leute wollen Fett verlieren, deswegen machen Leute intermittierendes Fasten. Also der Großteil der Menschen. Und da ist natürlich auch ein großer Faktor von intermittierendem Fasten. Ja. Und deswegen Haydens auch so viele, was du auch vorhin schon gesagt hast. Ja. Weil natürlich intermittierendes Fasten an sich, wenn man nur intermittierendes Fasten macht und sonst ist alles egal, dann wird man damit wahrscheinlich nicht groß Fett verlieren. Ja. Aber natürlich führt es meistens dazu, dass wenn man nur in einem Fenster von acht Stunden ist, dass man wahrscheinlich auch ein bisschen weniger isst, als wenn man den ganzen Tag frisst zu jeder Gelegenheit, die sich bietet. Und deswegen funktioniert es auch für viele, hat auch für mich funktioniert. Ohne dass ich es wollte, ist es einfach passiert. Dann habe ich viel Gewicht verloren in der Zeit, als ich es gemacht habe. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich dich damals auch schon gefragt habe, ob du wirklich Track darüber gehalten hast, wie dein kalorischer Intake war. Habe ich. Gut. Weil das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Du hast gesagt, wie viel man frisst oder wenige man frisst. Wir sind natürlich einfach, habe ich vorhin schon gesagt, wir sind so motiviert, dass wir natürlich jegliche Interventionen, neuen Trinkzyklus oder auch jetzt neues Ernährungsprogramm, sprich intermittierendes Fasten, whatever, dass wir da hergehen und sagen, okay, wenn ich das mache, dann will ich ja auch ein Ziel haben. Dementsprechend ist man ja in allen kontrollierter. Also der psychodynamische Effekt von jeglicher neuen Maßnahme ist einfach enorm hoch. Machen wir uns nichts vor. Das ist halt immer Fakt. Ich bin ja auch so. Ich habe ja auch lange Zeit, dieses einfach schon Intermittieren Fasten zu nennen, ist einfach schon für mich Blödsinn, aber ist auch egal. Auch lange Zeit, einfach lange Stunden nichts gegessen und dann tatsächlich die erste Mahlzeit nach dem Training. Das heißt, das waren oft bis zu knapp 20 Stunden und dann gab es halt tatsächlich einfach die erste Mahlzeit also nach dem Training. Und ich bin aber schon so, dass ich, ich esse ja auch einfach gerne und mir schmeckt es ja auch gut, dass es dann einfach so ist, dass ich wahrscheinlich, weil das Fenster so kurz ist, auch weniger esse, aber in der Zeit, und da sehe ich die Gefahr für viele nicht für uns unbedingt, auch für uns, aber vor allem für die meisten da draußen wahrscheinlich, dass, weil das Fenster so kurz wird, bincht man in diesem kurzen Fenster so krass viel rein, dass es dann einfach auch wieder so ist, dass das Essverhalten, da geht es mir nicht um irgendwas metrisch messbares, da geht es mir nicht um Kalorien oder Makros oder sonst so was, sondern dein Essverhalten einfach auch wieder schon so konterkariert wird, dass es einfach halt krankhaft ist. Und das ist einfach ein riesen Problem, was ich sehe. Das glaube ich auch. Also natürlich auch, wenn man natürlich total Hunger bekommt, weil ich meine, es ist ja auch ganz klar, wenn man einen Tag fastet, dann oder auch ein paar, ich sage jetzt mal zwölf Stunden, 16 Stunden, dann hat man halt noch nicht so hohe Keton-Levels, wo man irgendwie das Gehirn mit Energie versorgen kann. Das ist übrigens auch einer der Effekte, wieso man eigentlich fastet. Man will Ketone hochbringen und diese Ketone haben halt auch eine ganze Menge positive Effekte, also auf die Nervenzellen, werden zum Beispiel zur Energiegewinnung herangezogen und so weiter. Ist ja auch wieder völlig egal, aber es ist tatsächlich so, dass man, das können wir durch der Ange sicherlich bestätigen können, wenn man anfängt zu fasten, ist der erste Tag ziemlich hart. Der zweite Tag wird wahrscheinlich manchmal noch härter oder manchmal aber schon einfacher und ab dem dritten Tag wird es dann leichter, weil dann halt einfach die Ketone hoch sind, die Energiegewinnung für das Gehirn ist gesichert, man hat keine Blutzuckerschwankungen mehr und und und. Das ist wiederum aber eine Sache, die passiert beim längerfristigen Fasten. Das hat überhaupt gar nichts mit kurzfristigen Fasten zu tun. Aber, dass man einfach auch mal, ich glaube der psychologische Effekt von intermittenten Fasten ist halt einfach auch massiv, dass man sich frei macht davon, essen zu müssen. Dass man wirklich mal sagt, okay, man isst mal nichts. Letztlich simuliert man ja wahrscheinlich das, was unsere Vorfahren früher immer hatten. Immer. Immer. Die ganze Zeit. Die haben halt einmal fett gegessen in der Früh oder am Abend, wann auch immer. Ist auch scheißegal. Haben sie einen Mammut reingefuttert. Ganzes geht, oder? Ganzes zu frühstücken. Wieder. Ja. Und danach hatten die halt nichts mehr. Dann musste wieder gejagt werden. Bis wieder was gab. Genau. Und dann gab es vielleicht zwischendrin mal ein paar Heilbärchen, fertig. Genau. Also, man ahmt damit wahrscheinlich so einen ursprünglicheren Lebensstil nach, sag ich jetzt mal so. Und so das Psychologische. Klar, so diese ganze Bullshit, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und so. Das fragen mich auch so viele Leute, ist es wirklich so? Und ich meine, das Gute ist, man kann dann einfach sagen, nein. Und dann ist die Frage auch beantwortet. Aber die psychologischen Effekte, deswegen benutzen wir das auch viel mit unseren Membern. Also, wenn jetzt jemand sagt, er will sein Ernährungsverhalten ändern, weil er seine Körperkomposition zum Beispiel irgendwie verbessern will, dann geben wir denen oft als Aufgabe, intermittierend zu fasten. Einfach nur, damit es entkoppelt wird. Damit eben nicht mehr so dieses Mindset herrscht. Ich muss immer essen. Und zwar immer morgens und mittags und abends, weil so macht man das halt heutzutage. Und zwischendrin kann ich auch noch snacken, weil es gibt ja immer irgendwie was. Und wenn es was gibt, dann esse ich auch was. Also, man kann einfach sein Essverhalten dadurch langfristig prägen, wenn man lernt, dass man nicht immer fressen muss. Und genau so war es auch bei mir. Also, mein Essverhalten hat sich durch diese Phase, wo ich es sehr strikt gemacht habe, komplett geändert eigentlich. Und ich fühle mich deutlich besser jetzt seitdem, weil ich halt gemerkt habe, wie funktioniert es für mich? Was funktioniert für mich? Und das machen halt leider die Allerwenigsten, dass sie mal rausgehen aus der Comfortzone, auch im Bereich Ernährung und vielleicht mal rausfinden, hey, wie funktioniert überhaupt mein Körper? Und wie kann ich vielleicht besser leben am Ende? Ja. Du? Ja, ich wollte mal ansprechen, für wen es überhaupt Sinn macht, intermittent zu fasten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil bei Männern scheint es ja irgendwie ein bisschen einfacher zu sein als bei Frauen. Bei Frauen kann das durchaus negativere Auswirkungen haben. Also, so aus der Erfahrung, wenn der Stresslevel hoch ist bei Frauen, dann kann natürlich da viel mehr passieren hormonell, weil Frauen da ein bisschen fragiler sind als Männer. Wir können ja irgendwie fast alles mit uns machen und es passiert nicht so viel. Ich hatte auch eine Kundin, die ich trainiert habe und die hat dann Schweißausbrüche bekommen und Herzrasen bekommen morgens und so. Natürlich, wenn das so ist, dann scheint es nicht das Richtige zu sein. Ja. Muss man irgendwas anders machen. Aber sorry. Ich glaube, ich glaube, ich wollte... Ich glaube, ich glaube, ich wollte... Ich glaube, ich glaube... Was ich sagen wollte ist... Genau, danke. Ich habe das ja mit meiner Frau auch immer ganz klares Thema auch und so. Die muss... Denkt sie vielleicht? I don't know. Vielleicht muss sie auch Carbs essen in der Früh einfach genau, um diesen Zustand auszugleichen. Aber worauf ich hinaus will, wie immer, ist, dass alle medizinischen, wissenschaftlichen Grundlagen mal über Bord geworfen. Ich glaube einfach, dass wie immer jegliche dietische Intervention, Trainingsintervention ist eine verhaltenstherapeutische Maßnahme. Aber das Problem dahinter, warum denke ich, ich muss konsumieren die ganze Zeit? Warum denke ich, ich brauche ein Frühstück, ich brauche ein Mittagessen, ich brauche ein Snack, ich brauche ein Abendessen, ich brauche das, ich brauche einen Kaffee, ich brauche meine Zigarette, ich brauche... You name it. Jeglicher Konsum ist einfach... Ich... Nein, nein. Keine Sorge. I want that grass. In dem Fall hat es eine absolute Berechtigung. Mega Berechtigung. Ja, absolut. Warum denke ich? Wo ist das Defizit bei mir als Mensch, dass ich denke, ich müsste essen? Wie du vorhin gesagt hast, einfach mal nichts essen und sich entkoppeln von dem absoluten Drang zu essen. Was heißt Essen? Das ist eine Ersatzbefriedigung. Essen gibt mir eine Auszeit von irgendwelchen anderen Dingen, mit denen ich mich eigentlich beschäftigen müsste. Absolut. Absolut. Man betäubt sich mit Essen. Ganz genau. Man hat Bock auf geile Neurotransmitter-Ausschüttungen durch Junkfood und so weiter. Deswegen macht man es ja auch. Also nicht bewusst, aber das passiert einfach in unserem Hirn. Also leider sind wir da halt echt so wired, weil wir es halt gelernt bekommen. Also wir lernen uns das halt an. Ja, ich meine Essen, das weiß doch jeder selber, wenn es einem scheiße geht, dann futtert man eine Pizza und kurz zwei Sekunden danach geht es einem gut, dann irgendwie einen halben Stück später kotzt man sich selber noch krasser an. Aber man kennt das ja. Also wenn es einem nicht gut geht, irgendwie dann so ein bisschen Kuchen essen, Zucker, Eis, whatever, was halt euer Fetisch halt so ist, danach geht es einem irgendwie besser. Das heißt, alles. Man betäubt sich halt. Während dessen geht es einem besser, danach geht es einem meistens schlechter. Eben. Das ist ja die Problematik, dass man danach dann halt sich an sich selbst runterzieht. Ich meine, die Downward Spiral, die ist ja ganz böse. Binging, sich schlecht fühlen, kotzen. Ich meine, da kommen wir jetzt ja dann in die Anorexia-Therapie rein, wenn wir da irgendwie weiterreden wollen. Aber das müssen wir nicht. Ne, lass uns das nicht vertiefen. Ja. Also ich glaube, Fakt ist, es macht immer mal wieder Sinn, nichts zu essen. Ob man es jetzt intermittierend fasten, Warrior Diet, kannst du dich noch erinnern, damals hieß es Warrior Diet, das war ja auch so. Also einfach nichts essen, den ganzen Tag und am Abend halt was essen. Das war übrigens ziemlich smart, weil die haben gesagt, fang mit Salat an, mit grünen Sachen. Und wenn du halt einen Salat gegessen hast, dann hast du schon den Magen ein bisschen voll. Dann kannst du gar nicht so. Also wenn du natürlich anfängst, den Olivenöl zu saufen, dann kriegst du halt innerhalb von kürzester Zeit 5000 Kalorien rein. Das ist ja auch grün. Das stimmt. Da hast du Olivenöl. Viel Chlorophyll drin. Warum funktioniert das am Ende? Also warum funktioniert die Warrior Diet? Weil man halt am Ende des Tages weniger Kalorien aufgenommen hat. Und deswegen ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte beim Fasten ist, man isst weniger. Also man isst faktisch weniger. Ja. Und das ist, glaube ich, für die meisten Leute der heilsamste Schritt überhaupt. Wenig essen. Das weiß man ja. Leute, die weniger essen, wahrscheinlich nicht dauerhaft, aber grundlegend eher weniger essen. Dieses Harajibu, also halb voll oder 80 Prozent voll, was die Japaner machen und so, die leben halt länger. Oder sagen wir einfach Leute, die nicht zu viel essen. Ja. Nicht overbingen und sich voll fressen. Genau. Und das ist, klar, am Ende, und das Timing von Essen ist ja auch nicht so wichtig. Also das ist immer so, Leute wollen immer irgendwie alles optimieren und fangen dann an, an kleinen Schnellschrauben zu drehen, gerade in der Ernährung, und fangen dann irgendwie an, über das Timing von ihren Mahlzeiten nachzudenken. Wobei einfach die Kalorienbilanz insgesamt noch nicht in Check ist, was natürlich Bullshit ist. Wenn man abnehmen will und deine Kalorienbilanz stimmt nicht, sprich du bist nicht im Defizit, dann wirst du nicht abnehmen. Und dann ist es fuck egal, wann du was isst und wie lang du fastest und so weiter. Das heißt, solange man nicht irgendwie so ein gestörtes Binge-Ess-Verhalten entwickelt durch intermittierendes Fasten, wird es wahrscheinlich jedem helfen, ein bisschen weniger Energie aufzunehmen, was das Ziel von vielen Leuten ist. Weniger Energie aufnehmen, faktisch, definitiv ja, um das festzuhalten. Und auch, finde ich, dieses subjektiv Empfundene. Das ist, finde ich, einfach so ein unglaublicher Benefit, dass man eben, wie du vorhin gesagt hast, nochmal sich entkoppelt von dem Stress, ich muss essen. Und auch letztendlich die Möglichkeit mal hat, also wie viele Menschen kommen denn zu uns und erzählen uns von Verdauungsproblemen, also was wir uns gar nicht vorstellen können, aber die halt einfach eine Woche lang nicht aufs Klo gehen zum Beispiel. Also das liegt natürlich an mehreren Faktoren, an vielen psychodynamischen, aber genau das ist einfach der wichtige Fakt, dass einfach ein Mensch wieder einen normalen Stuhlgang bekommt, dass einfach das System sich klären kann, reinigen kann. Das sind einfach für mich die größten Benefits, weil alles andere danach basiert auf dem, auf dem subjektiv Empfundenen. Ja, du kannst jemanden, der irgendwie Zahlen getrieben ist und sagt so, okay, ich habe hier meinen Calorie Tracker und sonst was, den kannst du kurzfristig motiviert halten, weil er das dann einfach macht. Aber wenn er körperlich kein Erleben hat, dann wird er auch das nicht nachhaltig anwendbar in sein Leben integrieren. Das wird er niemals tun. Ja. Wenn es dann aber so ist, dass man einfach sagt, okay, boah, ich fühle mich wirklich besser. Das bilde ich mir nicht nur ein, weil ich jetzt motiviert bin, weil ich jetzt eine neue Diätform habe oder so und 16-8 mache oder wie es alles heißt, sondern weil es wirklich faktisch so ist, dass ich mich besser fühle. Ja. Also für mich ist es zum Beispiel der Dienstag, Donnerstag, wo ich, ich sage zwar, ich esse 24 Stunden nichts, aber ich meine rein rechnerisch. Wenn ich eine Stunde esse, dann kann ich schon mal nur 23 Stunden nichts gegessen haben. Ist ja eh klar. Also ich esse von 8 bis 9, dann esse ich nichts und dann esse ich am nächsten Tag um 8 wieder. Also sind es schon mal weniger. Ist auch egal. Oder falsch. Oh, oh. Ob da eine Autofahrer-Frage passiert, wenn du nur 23 statt 24 Stunden fasst. Und das ist der nächste Punkt. Da warst du ja auch so mega brain fucked, wo du dir deinen Timer gestellt hast und jetzt darf ich essen und dann ging es los so. Also ehrlich, da braucht man sich auch jetzt da keinen Stress machen. Wenn es dann halt mal nur 20 Stunden sind, dann ist es auch gut. Das ist schon besser als sagen wir mal 99 Prozent aller anderen Menschen. Gerade wenn man damit anfängt, fangt einfach mal an eine Mahlzeit auszulassen. Genau. Und schaut nicht unbedingt auf die Uhr. Wir haben es jetzt schon gesagt, es ist nichts Magisches an diesen ganzen Protokollen, die es da gibt. Und wenn man so richtig die Longevity-Benefits haben will, dann muss man wahrscheinlich auch länger fasten als nur halt 16 Stunden oder halt nur eine Mahlzeit weglassen. Ja. Deswegen einfach ausprobieren. Und klar, am Anfang ist es ungewohnt und man hat Hunger, weil natürlich dein Körper es einfach erwartet, dass man eben morgens halt erstmal, keine Ahnung, zwei Brezen oder sowas reinschiebt und Kaffee mit Zucker oder so. Aber einfach einen schwarzen Kaffee trinken, das hat ja auch so ein bisschen Effekte, dass man nicht ganz so viel Appetit hat, also schwarzer Kaffee. Oder ich glaube, ist es das Koffein, was so ein bisschen den Hunger bremst? Oder andere Inhaltsstoffe von Koffein? Ich bin fest davon überzeugt, dass einfach die Neurotransmitter, die damit, die Befriedigung, die im Gehirn passiert, dass die damit einhergeht. Einfach das ist das Gefühl, was gegessen zu haben oder sich was einverleibt zu haben, sage ich jetzt bewusst. Ob das, ich meine, für mich war eine Zeit lang so, ich habe mal so ein Goalsetting-Sheet von mir gefunden, wo ich mir aufgeschrieben habe, nur ein Kuchen am Tag. Für mich war eine Zeit lang wirklich so, dass ich Kuchen und Kaffee war eins. Und wenn ich einen Kaffee getrunken habe, dann brauchte ich den Kuchen dazu. Das heißt, ich habe dann irgendwie drei Kuchen gegessen am Tag und ich war jetzt auch nicht irgendwie dick. Ich habe mich halt einfach bewegt, aber ich wusste, okay, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich habe mich dahin trainiert, das war quasi Kaffee ist gleich Kaffee plus Kuchen und habe mir das dann langsam abtrainiert. Und genau da ist doch der Punkt. Ich meine, man kommt von so einem extremen Punkt, vier Kuchen am Tag sind quasi normal und trainiert sich runter auf einen Kuchen am Tag. Mittlerweile brauche ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag einen Kuchen. Ich komme auch mit einem Kaffee so aus. Aber so trainiert man sich das irgendwie an, was natürlich total lächerlich ist. Thilo Kuchendorf. Ja, das ist mein Name. Steht dazu. Mag Kuchen. Geil. Wie schaut es aus mit Muskelmasse? Weil wenn man fastet, kann man ja keine Muskeln aufbauen und dann macht man ja auch keine Gains, oder? Weil dann ist man ja nur Katabol die ganze Zeit. Oder? Ja, das ist tatsächlich interessant. Also ich würde sagen, dass wenn jemand wirklich längerfristig fastet, dann ist und hart trainiert an dem Tag, dass die Trainingsqualität durchaus herabgesetzt sein kann, wenn man das nicht trainiert hat. Die Qualität kann aktuell im Training oder das, was danach passiert? Also ich glaube auch, dass, je nachdem wie intensiv das Training ist, was für eine Art von Training, klar, da muss man natürlich, man kann nicht Äpfel und Birnen vergleichen, aber dann, man muss das üben. Man muss es wie immer halt üben. Man kann nicht sagen, okay, ich mache das jetzt irgendwie 16-8 und trainieren wie krass. Machen irgendwie Crossfit Watt oder bla bla bla. Also wenn ich halt irgendwie darauf angewiesen bin, dass ich Zucker im Körper habe und der ist irgendwie schon weg, wobei die Leber in der Regel eigentlich genügend hat, oder? Wir haben schon so ein paar Speicher im Körper. Eigentlich sollte man sprechen. Deswegen ist ja auch wieder so ein Brainfuck. Ich kann nicht trainieren, weil ich habe nichts gegessen davor. Habe ich mich auch eigentlich von entkoppelt, weil ich gesehen habe, dass der Leistungsunterschied meh, vielleicht schon ein bisschen wahrnehmbar ist, aber es ist nicht so, dass ich dann einfach überhaupt nichts mehr kann, wenn ich nichts gefrühstückt habe. Man muss natürlich auch sehen, dass du schon ganz schön üppige Reserven auch hast. Also muss man auch dazu sagen. Richtig, ja. Gemeinsatz, weil ich so viele Muskeln habe, deswegen habe ich so viel Glykogenspeicher und deswegen habe ich viele Reserven. Ganz genau. Ja, das ist genau. Yes. Ja, also Training und Fasten, da ist ein horrible Gefühl vorgegeben. Also da musst du wahrscheinlich gucken, wie lange ist die Fastenperiode. Wenn man jetzt eine zwölfstündige macht und das einigermaßen trainiert hat, dann würde ich meinen, kann man auch nicht gefastet trainieren. Ich meine, ich weiß es nicht, wo kannst du das? Ich glaube, man kann es 100 Prozent. Die interessante Frage ist ja tatsächlich, wie immer, welcher Faktor ist für mich der maßgebliche Determinierende für eure Leistung oder weniger Leistung? Es ist einfach genau, was du sagst. Es ist halt mein Brain Fakt, den ich mitbringe, dass ich denke, ich muss als vor allem Kraftathlet irgendwie halt was gegessen habe, was auch immer, damit ich performen kann. Wahrscheinlich genauso auch bei Ausdauerathlet. Aber die lassen wir mal außen vor. Versus, es ist wirklich so, dass ich faktisch weniger performen kann. Wenn ich, wie sag ich mal, wieder hohes Bereich von, ich sag es mal, im Saal von 10 nicht übersteige, brauche ich dann tatsächlich irgendwie vorher was gegessen? Oder ist der Determinierende Faktor nur mein Wille, meine intrinsische Motivation, das, was ich mir einbilde, an Schwachheit durchs Fasten zu spüren? Am Ende ist es wahrscheinlich beides wie immer, auf dem Spektrum. Aber ja, der Brain Fakt ist meiner Meinung nach der größte Faktor. 100 Prozent. Es ist Self-Filling Prophecy, dass man sich schwach fühlt, dann fühlt man sich schwach, wenn man sich denkt schwach zu fühlen, bla bla bla. Also ich habe diese Sharpness, diese Schärfe, diese Klarheit durchs Fasten und so weiter tatsächlich schon immer mir eingebildet zu haben. Also auch im Training. Hast du es dir eingebildet oder hattest du sie? Ich habe es in einem Faktisch, weil ich es mir eingebildet habe. Ja, die denken sich stark, ganz einfach. Ja, um das geht es doch am Ende des Tages. In zwei Morgens. Oh, das ist ein Mindset. Also worauf ich hinaus will, wenn du es vor Augen hält. Wir haben ja wirklich durchaus intensive, anstrengende Tage. Also wenn wir jetzt mal Montag, eine Woche herannehmen, wo wir ja immer unser Team-Training um 14.30 Uhr haben. Dann beginnt der Tag halt in der Früh mit, keine Ahnung, am Vormittag so und so viele Personal-Coaching-Sessions. Oft sind es drei, vier, teilweise fünf am Stück. Ja, und das ist tough, das ist anstrengend. Da kommt der eine Mensch, der nächste Mensch, der nächste Mensch. Ganz kurzzeitig mal irgendwie kurz aufs Klo verschwinden. Und dann ist er aber 100 Prozent on. Man sitzt nicht hinterm Computerbord an der Nase und trinkt irgendwie fünf Cups of Coffee. Ja, sondern man ist die ganze Zeit on und performt 100 Prozent. Und dann ist es so, also in der Zeit des intermittenten Fassens, dass es am Anfang natürlich schwer war, weil einfach diese Ersatzbefriedigung, hey, ich performe nur für andere, was ist es mit mir? Ja, die war nicht da, weil man nichts vergessen hatte. Früher, ja, du bist doch, in diesem Kraftgang, okay, ich brauche einen Shake hier, ich brauche mal irgendwie zwei, drei Löffel, einen Pinderbagger hier und so weiter und so fort. Einfach, um mich Ersatz zu befriedigen. Kannst du dich noch erinnern, wenn wir über Frieden waren? Wie viele Gruß haben wir gefressen? Crazy, man. Unglaublich viel. Wir haben irgendwie, das war eine Peipel, eine Ermerkungsmusse, wie von Rapunzel zu uns. Wahnsinn. Aber um besser mal auf den Punkt zu kommen, als es mir dann gelungen ist, quasi dieses psychomoralische Hintermessen in dieser Phase von der Metinemfassens rauszunehmen, war ich total happy, weil ich einfach diese Entkoppelung hatte, wie du vorhin gesagt hast. Und da wusste ich einfach, okay, ich mache jetzt einfach, ich habe fünf Sessions, dann habe ich ein Team-Meeting um zwölf, dann gibt es noch mal eine Session, dann trainieren wir. Und dann danach gibt es das erste Mal was zu essen, was dann letztendlich auch schon befriedigt war, aber nicht wichtig war irgendwie. Das ist das Rassel. Die Wichtigkeit, so hast du dir ja so ein bisschen abtrainiert. Genau. Aber in der Mitte befriedigt es ja auch ein, wenn man es eben durchziehen kann, ohne Probleme. Das heißt, wenn man so weit ist, die Ersatzbefriedigung eben ist, dass man einfach so dieses Achievement hat, okay, ich habe jetzt so viele Stunden lang nichts gegessen, und es beiflusst mich nicht negativ, im Gegenteil, sowas gibt mir sogar mehr Energie. Und da kann, wenn man will, kann man da hinkommen. Ich glaube, das würde sehr viel Freude gut tun. Ja. Ich glaube, das muss man dann halt in seinen täglichen Ablauf so integrieren. Kann ich das machen? Am Anfang wird wohl wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Zahnfleisch daherkommen, und da muss man eben ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, da muss man dann natürlich wie bei allem einfach ein bisschen in den Saugen Apfel beißen und vielleicht mal ein, zwei Tage der Energy sein, um es dann aber halt auch noch zu schaffen. Und dann ist das Achievement halt da. Also das ist nichts, was von mir zur Frage kommt. Das ist das Problem. Je mehr Zucker, da bin ich fest von überzeugt, je mehr Zucker der Mensch gegessen hat, desto schwieriger wird es für ihn. Also jeder, der halt... Du meinst so allgemein sein Leben? Genau. An Gewohnheiten und so. Ja. Also diese Blutzuckerschwankungen, jemand, der irgendwie vorms mit der Oli-Britze anfängt, dann als mittags irgendwie halt sein Kajachmalen ist und am Abend dann halt seine Brotzeit zu essen, das ist irgendwie halt Kaps und Kaps und Kaps. Der wünsche ich keine Macht. Es macht total Sinn, dass es so ist. Und da würde ich auch so dieses, dass man hangry ist, das ist ja auch so ein Phänomen, glaub ich, dass man sich ganz viel hangry ist, abtrainieren kann, wenn man eben einfach ohne Kaps mal ein paar Stunden rauskommt. Weil dann ist der Blutzucker nicht all over the place und wenn er hier unten ist, dann ist man hangry und dann muss man sich etwas reinziehen, damit man wieder normal sein kann, was ja auch eigentlich ziemlich geschnallt ist, wenn wir mal drüber nachdenken, oder? So, ich brauche jetzt einen Snickers, weil ohne den Snickers bin ich scheiße drauf. Dann wird sogar Werbung gemacht, er erhält sich einen Glückwunsch, einen Stoffwechsel und sag mal Asch. Ja, also einfach mal den Stoffwechsel dahin trainieren, dass er konstanten Energiewende halten kann und man nicht irgendwie so viele Ausschläge nach oben oder unten hat. Das macht Intimidin das Fasten. Wir sollen noch auf alle Fälle noch die Frage von Intimidin, Fasten ermöglicht Muskel und Wachstum im Jahr oder nein? Weil das haben wir alle erst angestellt und dann noch die Antworten. Dann sind wir wieder abgedriftet. Weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also das steckt auch wieder in den Kern, was ich vorhin gesagt habe. Das Timing ist nicht so wichtig. Wenn du Intimidin das Fasten machst und du hast aber insgesamt noch, du isst genug Eiweiß, du isst insgesamt genug Kalorien, und dann wirst du auch Muskeln aufbauen. Das Timing ist nicht so wichtig. Aber, da würde ich dann dazu sagen, wenn man zum Beispiel gefastet Krafttraining macht und man will Muskeln aufbauen, das ist das ausgesprochene Ziel, dann sollte man nach dem Training, und zwar bald nach dem Training, wahrscheinlich irgendwas zu sich nehmen, was am besten auch ein bisschen Eiweiß hat. Sprich, dann ist der Post-Workout-Shade gar nicht so falsch, wenn man davor nichts gegessen hat. Einfach damit man den Körper eben aus dem eher katabolen Zustand rausholt. Und das lässt sich ja ganz einfach irgendwie normalerweise ganz einfach einrichten. Und da muss man davor nichts essen. Das wird beim Muskelaufbau nicht drastisch reduzieren. Wenn man jetzt ein professioneller Bodybuilder ist, und wirklich als Psycho seinen Muskel aufbauen optimieren will, 100% rausholen will, dann macht Intermitteln das Fasten wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wie viele Leute sind schon professionelle Bodybuilder, die, keine Ahnung, überphysiologische Muskeln passen? Also wie groß muss in deinem Platz wahrscheinlich gestiegen werden? Weil es natürlich auch da so ist, dass die Szene sich gar nicht traut, andere Wege einzulegen, wie auch hinzugehen, weil sie einzuschlagen kann. Weil es im Endeffekt so ist, dass da Angst davor haben, eben keinen Gains zu machen, zufern wohl zu werden. Ja, aber das ist auch bei Geld nicht. Ja, deswegen, das ist ja genau das Problem. Also ich wage es zu bezweifeln, oder ich stelle zur Debatte, dass es definitiv auch gehen würde. Ja, 100%. Aber ich möchte auch dazu sagen, und das ist ja auch wieder so ein wichtiger Punkt, um Muskeln aufzubauen, muss man erstmal trainieren. Ja? Also, und zwar muss man so trainieren, dass man die Überspelle hier beizusetzt, und zwar dauerhaft, ja, und sich linear verbessert. Ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten kannst du nur so viele, wie deine Tiere fast und das Scheißdreck machen, oder Eiweißshakes saufen oder sonst irgendwas. Du musst erstmal trainieren, und dann kannst du dir Gedanken darüber machen, nehme ich zu oder nehme ich ab. Aber 90% der Leute, die zu viele dietische Fragen stellen, trainieren erstmal gar nicht. Die kann ich gar nicht erst nehmen. Also trainiert erstmal, und dann kann man uns darüber unterhalten, wo man trinken muss. Entschuldigung, dass das so böse klingt, aber es ist Fakt. Nein, Facts. Ja, also die Selbstoptimierung, da muss man tatsächlich erst mit dem Bereich Bewegung anfangen, und dann kann man sich über eine ganze Menge andere Dinge auch bedanken. Die großen Sachen, die Dinge, die den größten Einfluss haben, um die sollte man sich zuerst kümmern, bevor man anfängt, ja, an den kleinen Stellschrauben zu stehen, zu drehen, wo man die restlichen Partizenter und die dann vielleicht noch ausrollen kann. dann hat man doch alles geklärt, was mit Fasten zu tun hat. Also das Wichtigste. Wir haben gerade den besten Fasten-Podcast aller Zeiten aufgenommen gehabt. Glaube ich auch. Also jedenfalls die Anwendungsbezogene, und so ein bisschen Autophagie noch dazu, aber nicht zu viel. Genau, Wissenschaft. Wissenschaft. Ich finde das Thema Autophagie ist schon natürlich sehr interessant, gerade einfach im Hinblick auf, wenn man sich wieder die Betreuung von zum Beispiel Diabetikern, mit denen wir auch arbeiten, wo ich ja auch seit langer Zeit versuche, für diesen besagten Menschen eine Strategie zu entwickeln, die er dann natürlich nicht durchhält, weil er erstens, also den Bildern hat man schlichtweg nicht, aus welchen drücken auch immer. Aber da bin ich fest davon überzeugt, dass natürlich alle, die da auf hormoneller Ebene Probleme haben, du hast vorher Krebszellen angesprochen, und da geht es ja wirklich um ein Recycling von jeglicher Zelle, sagen Sie einfach mal, also klar, das ist natürlich falsch, aber zu veranschaulichen, das ist schon ein sauinteressantes Thema. Und auch da ist es natürlich so, dass wir zwei uns natürlich sehr viel auch schon mit anderen Faktoren beschäftigen, als Ziele, als du jetzt zum Beispiel, aber eigentlich habe ich es nicht. Ja, ich meine, das gar nicht sonst einen neuen Rebellpreis für die Entdeckung der Autofaktik. Ja, absolut. Auch abgefahren, dass der Typ das ja schon in den frühen 90ern, ich glaube 91, das erste Mal eingeheicht hat, und warum auch immer, also ich will jetzt gar nicht irgendwie Lobbyismus vorwerfen, was jetzt erst anerkannt wird von der Medizin, dass das wirklich einfach ein wichtiges Thema ist. Das ist krass. Leider oft so, oder das ist gerade in der Medizin, da dauert es immer viel zu lang, bis irgendwie neue, auch Fakten als solche angesehen werden. Vollkommen verrückt ist das eigentlich. Ja gut, fassen wir das Ganze nochmal zusammen, oder? Ich würde sagen, einfach mal nichts fressen, ist gut für jeden. selbst herausfinden, was für einen gut ist, also die Dauer des nicht Essens, oder fressens, muss man langsam anfangen. Ich würde vorschlagen, mal um 10, 12, langsam dann aufbauen, 14, wie auch 100 Stunden, das aufzubauen. Am besten ist es tatsächlich jetzt, das über Nacht zu machen, in der Region werden wir leider einfach schnell, taglich schnell, einfach mal sogar 10 Stunden, oder? Im Optimalfall das Frühstück skippen, und dann mal schauen, wie lange man sein Mittagessen noch hinauszugeln kann. Perfekt. Das ist super easy. Echt einfach. Und ihr braucht euch da jetzt gar nicht rumkommen, wenn wir uns in ca. einen Jahr im Rhythmus, da wird sicherlich irgendjemand kommen, der ja, ist nicht angepasst, wie eine Tages-Nacht-Rhythmus, pipapo. Ehrlich, für jeden, also ich kenne fast niemanden, dessen sozialeste Wahlzeiten, nicht die Idee des Abendmessens, oder? Da gibt es ja Leute, die sagen, ja, man muss frühstücken, und dann wieder am Abend nichts essen. Das geht nicht. Eigentlich, das ist nicht wahr. Das geht nicht. Das geht nicht, ja. Also für mich ist das unmöglich. Meine Frau weiß auch im Kopf, aber wenn ich frühstücke, morgens ab, ich sehe dafür, dass ich keine Zeit habe, und dann einfach arbeiten, und dann am Abend fasse ich mit dem Wasser. So viele Vorteile. Man kann die Zeit, die man für Frühstück machen und Essen braucht, kann man einfach noch länger schlafen machen. Wow. Geil. Lifehacks. Hast du noch etwas zu sagen, Andi? Clean all the pipes. Clean all the pipes. Das ist das Wichtigste. Ja, das finde ich recht. Ja. Clean the pipes. Liked den Podcast. Also, das könnt ihr beides gleichzeitig machen, wenn ihr wollt. Abonniert uns, checkt uns für YouTube-Videos, zeigt uns ein bisschen Liebe, und sagt uns Bescheid, über welche Themen ihr als nächstes den Podcast hören wollt. Weil wir richten uns auf jeden Fall nach euch, und wir können über jedes Thema stundenlang philosophieren. Wir wollen uns doch nicht. Und, dass man schon mal hin� Ife, Vielen Dank.